Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Aktienanleger scheuen jetzt vor dem verlängerten Osterwochenende das Risiko bzw. nehmen Gewinne mit. Was wollen wir uns mal genau anschauen? Den Risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen direkt rüber zur Wall Street und die Indizes sind in dieser Woche gefallen bzw. gab es eine kurzfristige Umkehr. Die Stimmung hat sich aber auch verschlechtert, weil die Wirtschaftsdaten schlecht waren und da gehen wir mal kurz rüber in den Wirtschaftskalender. Das betrifft unter anderem die Indizes für den Dienstleistungsbereich und auch das verarbeitende Gewerbe. ISM-Daten gab es einmal am Montag und auch nochmals gestern. Dann gab es den ADP-Bericht, also ein letzter Hinweis vor den offiziellen Zahlen, die am Freitag rauskommen. Ebenfalls deutlich schlechter als erwartet und dann gab es auch noch einen starken Rückgang bei der Zahl der offenen Stellen. So, also Fehlausbruch potenziell beim S&P 500. Der Tageschart zeigt also ein Rückgang am Dienstag, weitere Verluste am Mittwoch und jetzt vorbörstlich nur ein leichtes Minus. Wir gehen mal rüber zum Dow Jones. Auch hier Gewinnabgaben, aber für die Woche ist immer noch ein Plus zu erkennen. Die Rally geht bereits seit über drei Wochen und hier wird ein wichtiger Widerstand getestet. 33.588 Punkte. So rum, Nasdaq, der hat am meisten zu leiden, notiert aber nach wie vor oberhalb der 13.000 Punkte Marke, hat ein neues Jahreshoch erreicht und das nächste logische Kursziel auf der Oberseite wäre dann das Augusthoch. Was ist in dieser Woche noch alles so passiert? Wir gehen mal rüber zum Deutschen Leitindex. Auch hier Gewinnabgaben nach einem Ausbruchsversuch. Dann der Rücklauf und hier gibt es noch ein wichtiges Zwischenhoch bei 15.463 Punkten. Das könnte kurzfristig auf der Unterseite ein Bereich sein, der vielleicht anvisiert werden könnte. Das Jahreshoch bleibt das Kursziel für die Bullen aufgrund der bullischen Struktur und der Abstand zum Rekordhoch, der beläuft sich aktuell auf knapp 4%. Die T-Note, also die Anleihepreise steigen, das heißt die Renditen fallen. Euro-Dollar versucht sich an der 1.0929, das ist das Hoch, das wir vor zwei Wochen gesehen hatten. In der Vorwoche gab es eine vorzeitige Umkehr. Jetzt der Versuch nach oben auszubrechen, bisher noch nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Das ist der letzte Aufwärtsimpuls, das heißt wir könnten erwarten, dass die 1.1033 anvisiert wird. Danach könnte es in Richtung 1.1185 gehen und die wichtigste Unterstützung für die Bullen ist bei 1.0482. Gold befindet sich in einem Aufwärtstrend. Die Frage aber in dieser Woche wird dieser durch einen höheren Wochenschlusskurs bestätigt. Das ist die Struktur und auch hier läuft der Goldmarkt. Wieder so ein bisschen zurück, aktuell wieder unterhalb von 2.014 Dollar. Aber im großen Bild deutet alles darauf hin, dass wir einen Test sehen könnten. Und zwar vom Rekordhoch bei 2.075 Dollar. Das könnte kurzfristig, aber vielleicht eben auch eher etwas mittelfristiges sein. Momentan gibt es also eigentlich keinen Grund, um von einer Umkehr zu sprechen. Umkehr würde wenn bedeuten, dass wir kurzfristig Verkaufsdruck sehen und das könnte ein Grund sein, den Markt also wieder nach oben zu drücken. WTI kämpft in dieser Woche an der 81 Dollar Marke. Das ist ein wichtiger Hochpunkt, also Abwärtstrend nach wie vor in Takt. Der wurde bestätigt durch tiefere Tiefs. Jetzt gab es eine schöne Erholung, knapp 30% seit dem März tief. Aber trotz dieser unglaublichen Performance reicht das eben nicht aus, um den Abwärtstrend zu beenden. Und hier könnte es sich eben entscheiden. Entweder Fehlausbruch und der Rücklauf bzw. Trendfortsetzung. Dann könnten wir die 62 Dollar nochmal sehen. Oder der Ausbruch nach oben als Hinweis darauf, dass der Abwärtstrend beendet wird und wir einen neuen Trend einleiten. Bitcoin tendiert jetzt kurzfristig seitwärts, seit etwas mehr als zwei Wochen. Da fehlt es einfach an Dynamik und da haben wir einen wichtigen Hochpunkt bei 28.900 Dollar. Da gab es den Fehlausbruch, Annäherung in dieser Woche. Und jetzt scheint sich die Handelsspanne erstmal zu verengen. Das heißt, entweder Ausbruch nach oben in Richtung 32.000 oder nochmal eine stärkere Korrektur in Richtung 20.000. Lass gerne einen Daumen da. Viel Erfolg für heute. Ich wünsche allen auch schon mal frohe Ostern und ein paar entspannte Feiertage. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.